Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Windl und ich möchte Ihnen heute im Webinar Werkzeugvermessung ein bisschen was über die Werkzeugvermessung mit den Heidenhain-Messgeräten erklären. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Michael Windl, ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenhain und mache eben auch diese Webinare hier auf der CNC-Arena. Wenn Sie zu diesem Webinar Fragen haben, würde ich Sie bitten, das Fragenfenster, das bei Ihnen auf der rechten Seite in diesem Menü erscheint, zu nutzen und hier einfach die Fragen reinzuschreiben. Ich gehe dann am Ende der Präsentation auf diese Fragen ein und beantworte diese dann. So, dann beginnen wir jetzt mit unserem Webinar. Werkzeugvermessung mit Heidenhain-Messsystemen ist verfügbar auf unseren verschiedenen TNC-Steuerungen, also angefangen mit der ITNC 530 und mit den ganzen NC-Kernsteuerungen der 320, der 620, genauso auch wie bei der TNC 640. Wir unterscheiden bei diesen Tastsystemen zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Tastsystemen. Das sind einmal die schaltenden Tastsysteme. Das ist einmal das Tastsystem TT 140 mit Kabel, dann das TT 160, das ist quasi der Nachfolger vom TT 140, der ist ein bisschen schlanker geworden und den TT 449, der ist auch mit Infrarotübertragung, also wo ich kein Kabel benötige, wo ich einfach irgendwo frei im Maschinenraum positionieren kann. Unsere Tischtastsysteme gibt es nicht nur mit runden Antastelementen hier oben. Das gibt es einmal ein großes Antastelement mit 40 mm Durchmesser, ein kleineres Antastelement mit 25 mm Durchmesser und ein viereckiges Antastelement, das wir zum Beispiel für Drehwerkzeuge verwenden können. Und dann gibt es jetzt sehr neu das Tastsystem TT 460. Das kann neben Infrarot auch Funkübertragung. Sieht so aus. Funk heißt, der Bediener kann umschalten, entweder zwischen einer Funk- oder einer Infrarotübertragung. Das geht mit dieser Sende- und Empfangseinheit, diese SE 660 und mit der kann man das Ganze umstellen. Das funktioniert nicht nur mit dem Tischtastsystem, das funktioniert auch mit unserem Werkstückvermessungstastsystem, das TS 460. So, was ist der Unterschied zwischen Infrarot und Funk? Ist einmal die Übertragungsgeschwindigkeit. Infrarot hat eine schnellere Übertragungsgeschwindigkeit, allerdings sind wir hier begrenzt. Es ist so, Infrarot ist eine Sichtübertragung. Das heißt, wenn meine Empfangseinheit mein Tastsystem nicht mehr sieht, dann bekomme ich kein Infrarotsignal mehr. Also wenn ich beispielsweise beim Tastsystem für die Werkstückvermessung in eine tiefe Bohrung oder in eine Kreistasche hineinfahre, da wo ich mit dem Tastkörper reinpasse, dann ist es so, dass mir irgendwann die Infrarotübertragung abbricht und dann habe ich keine Übertragung mehr. Infrarot geht bis zu einer Übertragungslänge von 7 Metern. Alles was darüber hinausgeht, da benötige ich dann die Funkübertragung. Das geht dann bis 15 Meter. Das ist so eine typische Übertragung, wo man das Ganze nutzen kann. Das Ganze, also das Umschalten zwischen Infrarot und Funk, mache ich einfach am Tastsystem selbst. Und zwar da, wo die Batterie eingeführt wird, da gibt es einen Schalter, wo ich umschalten kann zwischen Infrarot oder Funk. Und dann haben wir noch unsere berührungslosen Tastsysteme. Die gibt es in verschiedenen Längen oder in verschiedenen Produktvarianten. Einmal das Nano für sehr kleine Werkzeugdurchmesser, sehr präzise Werkzeugdurchmesser. Und dann gibt es das Mikro. Und das sind jeweils die Abstände, wo man zwischen den einzelnen Lasereinheiten ist. 150, 200 oder 300 Millimeter. Wir beginnen mit der Werkzeugvermessung mit den schaltenden Tastsystemen. Also mit unseren, wie man hier unten sieht, mit den Tischtastsystemen. Da als erstes mal das Funktionsprinzip. Und zwar ist es bei Heidenhain eine sehr spezielle Funktion, wo wir mit einer der einzigen Hersteller von solchen Tastsystemen sind, die diese Funktion anbieten. Und zwar ist es unser berührungsloser optischer Sensor. Man sieht es hier schön in der Mitte, bei diesen orangenen Teilen. Diese Linse hier, das ist genau das, wo unsere Tastsysteme hier richtig gut arbeiten. Wir haben eine Lichtquelle. Das Licht wird gebündelt, dass es ein gleichmäßiges Licht ist, ein gerades Licht. Und dann wird das Ganze hier hinten auf eine Platte gebracht. Und wenn das Tastsystem oben ausgelenkt wird, wird hier unten ein Schaltsignal erkannt. Also das Schaltsignal wird nicht über einen Schalter erkannt, über einen elektrischen Schalter, sondern über ein optisches Signal. Und dadurch haben wir eben einen verschleißfreien Sensor. Das heißt, wenn der verschleißfrei ist, ich kann sehr viele Messungen machen, ohne dass mein Messergebnis irgendwo nachlässt. Also habe ich eine sehr hohe Reproduzierbarkeit bei vielen Tastvorgängen. Und das ist eben das Gute bei den Heidenhain-Tastsystemen. Das gibt es nicht nur bei dem Tischtastsystem hier, sondern das Gleiche haben wir auch bei unserem Werkstücktastsystem verbaut. Des Weiteren, wenn wir ein bisschen beim Tischtastsystem nach oben gehen, sehen wir hier so einen breiteren Knubbel zwischen Teller und dem eigentlichen Tastsystem. Da drinnen verbirgt sich unsere Sollbruchstelle. Also sollte man mal mit dem Tastsystem kollidieren, also dass wir hier oben an den Teller aus Versehen rankommen, dann wird die Mechanik unten geschützt, weil einfach der Teller wegbricht, weil hier unten der Stift einfach nachgibt. Und das schont meine ganze Mechanik und Auswert der Einheit von meinem Tastsystem. Die Messzyklen, was wir zur Verfügung haben, hier unterscheiden wir zwischen einem neuen Format und einem alten Format. Und das neue Format geht immer mit 4.8 los, also das sind die ganzen Zyklen 480, 81, 82, 83 und 84. Das alte Format ist 30, 31, 32, 33. Das alte Format haben wir noch als Kompatibilitätsgründen dabei bei der Steuerung. Das alte Format, also vom Funktionsumfang sind beide gleich. Der einzige Unterschied, das neue Format, also die Zyklen 480 bis 84, gibt es auch in DIN ISO, also wenn ich mit G-Code programmiere. Und der weitere Unterschied, wenn ich bei den neuen Zyklen Prüfen eingebe, dann wird automatisch der Status im Q199 abgespeichert. Da konnte ich bei den Zyklen im alten Format immer noch einen Q-Parameter selber wählen, wo das Messergebnis reingeschrieben wird. Aber ansonsten, vom ganzen Ablauf her ist alles gleich. Wir haben hier verschiedene Zyklen. Es gibt einmal den Zyklus 480 zum Kalibrieren und es gibt auch noch den Zyklus 484 zum Kalibrieren. Der Zyklus 484 ist später dazu gekommen, als wir auch Infrarot-Tastsysteme mit angeboten haben. Denn dann musste man nicht mehr die Position des Tischtastsystems in die Maschinenparameter eingeben, sondern konnte den einfach kalibrieren und das Werkzeug manuell über den Tischtaster vorpositionieren. Dann habe ich den Zyklus 481 oder Zyklus 31 für das Länge-Vermessen meiner Werkzeuge, 482 für die Radiusmessung und 483 für die Kombination aus Längen- und Radiusmessung. Also da kann ich beides damit machen. Bevor ich ein Werkzeug mit dem Tischtastsystem vermessen kann, muss ich ein paar Sachen in der Werkzeugtabelle hinterlegen und zwar ist das einmal die ungefähre Länge und der ungefähre Radius. Also ich kann mit dem Tischtastsystem kein Werkzeug vermessen, wo die Länge und Radius total unbekannt sind. Also ein Werkzeug mit Länge 0 kann ich nicht vermessen. Ich muss ungefähr, also ca. plus minus 5 mm, die Werkzeugdaten eingeben. Die genauen Werkzeugdaten kann ich dann natürlich mit dem Tastzyklus ermitteln. Außerdem benötigt er, wenn ich eine Schneidenkontrolle machen will, die Anzahl der Schneiden und die Schneidrichtung. Das ist die Spalte Direction in der Werkzeugtabelle. Hier steht standardmäßig Minus drinnen für M3. Also das ist die Standardschneidrichtung für die Werkzeuge. Wenn hier das passend drinnen steht, dann kann man das Ganze hier, dann wird das Werkzeug quasi beim Vermessen nicht mit M3 gedreht, sondern mit M4 getrieben. Und so vermeide ich Schäden an meiner Schneide. Optional kann man dann noch zwei Spalten befüllen. Das ist die TTL-Offset-Spalte und R-Offset-Spalte. Das sind die beiden Punkte, an denen das Werkzeug einmal im Radius und einmal in der Länge vermessen wird. Da kommen wir aber später noch drauf. Wenn ich ein Werkzeug prüfen will, dann brauche ich auch noch die weiteren Spalten L-Toll und R-Toll für die Verschleiß-Toleranz vom Werkzeug und L-Break und Air-Break für die Bruchtoleranz des Werkzeuges. Also dass die Steuerung einfach entscheiden kann, aha, das Werkzeug ist jetzt verschlissen oder das Werkzeug ist jetzt gebrochen. Als Beispiel für diese verschiedenen Werkzeugdaten habe ich einfach mal ein paar Eingabebeispiele hinterlegt. Und zwar das erste Eingabebeispiel ist der Bohrer. Beim Bohrer, da wollen wir einfach nur die Länge wissen vom Bohrer. Der Radius ist mir egal, ich will einfach nur die Länge wissen. Also definiere ich in der Werkzeugtabelle. Ich brauche keinen Versatz, da ich einfach mittig auf mein Tisch-Zast-System nach unten fahren möchte und die Bohrerspitze messen möchte. Also muss ich bei TTR-Offset nichts eingeben. Hier kann ich einfach die 0 drin stehen lassen. Bei L-Offset, den L-Offset brauche ich für die Radius-Vermessung. Da brauche ich auch nichts eintragen, weil ich beim Bohrer keine Radius-Vermessung machen muss. Also kann ich einfach programmieren, den TTR-Offset 0 und den TTL-Offset auch 0. Dann, wenn wir Fräser haben, die kleiner sind wie 19 mm Durchmesser. 19 mm deswegen, diese kleine Insel hier in der Mitte von meinem Tisch-Tast-System, also auf diesem Teller oben drauf, diese Insel hat 20 mm Durchmesser. Und wenn ich eben ein Werkzeug habe, das kleiner wie dieser Durchmesser ist, dann kann ich das einfach mittig vermessen. Also, deswegen diese 19 mm hier oben. Also, mittig vermessen heißt, beim TTR-Offset, das ist ja mein Versatz für die Längenmessung, da brauche ich keinen Versatz einprogrammieren. Das Werkzeug wird einfach mittig gemessen, also Eingabe 0. Wir sehen hier das Werkzeug und das fährt einfach nach unten und das Ganze wird gemessen. Wenn ich dann den Radius vom Werkzeug vermessen will, dann ist es wichtig, dass ich auf alle Fälle tief genug unter meiner Teller-Oberkante stehe. Und dieser Versatz zu meiner Teller-Oberkante, der wird automatisch aus den Maschinenparametern rausgeholt. Und zwar gibt es hier den Parameter, bei der ITNC ist es der 6530er Parameter, bei den NC-Kernsteuerungen ist es der Offset Tool Access Parameter. Und der gibt an, um wie viel mein Werkzeug von der Oberkante, von meinem Stylus hier, von meinem Tischtastsystem, nach unten positioniert werden soll, dass ich auf alle Fälle mit einer Seitenschneide sauber an meinem Tischtastsystem messen kann. Wenn ich jetzt hier noch zusätzlich etwas haben will, dann könnte ich in meinem TTL-Offset einen Versatz mit eingeben, damit er noch tiefer fahren würde. So, jetzt schauen wir uns den Schaftfräser an, der größer ist wie mein Teller-Durchmesser, der kleine hier oben. Da ist es so, den muss ich jetzt versetzen. Und zwar können wir diesen Versatz ganz einfach definieren. Und zwar im TTL-Offset geben wir einfach den R ein. Das ist nämlich die Standardeingabe, wenn ich ein neues Werkzeug anlege, steht im TTL-Offset immer der Radius drinnen. Heißt, dass das Werkzeug einfach um den Radius aus der Mitte nach außen versetzt wird, also Mitte von meinem Tischtastsystem. Und dann fährt die Steuerung des Werkzeugs langsam nach unten. Und so wird die Länge an meiner Außenkante von meinem Werkzeug gemessen. So ist eben auch sichergestellt, wenn ich ein Werkzeug habe, das keine Zentrumschneide hat, dass ich eben hier auch das Werkzeug sauber vermessen kann. Und beim Radius ist es genauso wie vorher. Das Werkzeug wird nach außen versetzt. Das macht die Steuerung automatisch. Und der Längenversatz nach unten, der kommt wieder aus meinem Maschinenparameter, damit ich sauber meine Radius schneiden vermessen kann. So, und dann haben wir noch ein Eingabebeispiel für einen Radiusfräser, also für einen Kugelfräser. Da möchte ich die Länge auch wieder am Kugelsüdpol messen. Das heißt, ich fahre einfach wie ein Bohrer nach unten, ohne einen TTR-Offset. Bei der Länge ist es so. Da muss ich jetzt auf alle Fälle schauen, dass ich nicht irgendwo an meinem Eckenradius messe. Sondern, dass ich auf alle Fälle am Vollradius, also am Volldurchmesser von meinem Werkzeug messe. Und das schaffe ich dadurch, indem ich ihm sage, er soll den TTL-Offset auf alle Fälle 5 mm bei meiner 10 mm Durchmesser Kugel soll er 5 mm nach unten fahren. Und genau das macht er. Er positioniert das Werkzeug dann 5 mm unter meine Stylus-Kante. Und so bin ich immer sicher, dass ich den sauberen Durchmesser hier oder den sauberen Radius von meinem Werkzeug erfasse. Also über diesen TTL-Offset und R-Offset definiere ich einfach die Position, an der mein Werkzeug gemessen wird. Also normalerweise ist es ausreichend, wenn ich, je nachdem, was ich für ein Werkzeug habe, den R-Offset auf 0 schreibe. Oder ich kann auch standardmäßig immer auf R stehen lassen. Dann werden halt auch kleinere Werkzeuge um den Radius nach außen versetzt und dann halt mit der Außenschneide mittig auf dem Tischtast-System gemessen. Und beim L-Offset kann ich eigentlich auch bei allen Werkzeugen immer die 0 drinnen stehen lassen. Außer wenn ich halt so einen Kugelfräser habe, den ich an einer bestimmten Position vermessen will, dann muss ich hier einen anderen Wert eintragen. Aber das muss ich einfach beim Anlegen der Werkzeuge beachten, wo die mit dem Tischtast-System vermessen werden sollen. So, zu den eigentlichen Messzyklen. Diese Messzyklen finden wir auf unserer Steuerung unter Touchprobe. Und da gibt es auf der ersten Softkey-Ebene gleich den Softkey für die Tischtast-Systeme. Und da gibt es dann zwei Softkey-Ebenen. Das ist einmal die Softkey-Ebene mit den neuen Zyklen, also 480 bis 484. Und dann gibt es die zweite Ebene mit den alten Zyklen, also Zyklus 30 bis Zyklus 31. Das erste ist das Kalibrieren der Zyklus 480. Wenn ich so ein Werkzeug-Vermessungssystem habe, ist es immer ganz wichtig, dass es gut kalibriert ist, damit meine Werkzeuge dann auch zu meinem Tast-System zusammenpassen. Also wenn ich meine Werkstücke vermesse, dass das alles eben zusammenpasst. So, da gibt es eben hier unseren ersten Zyklus, das ist der Zyklus 480, den TT kalibrieren. Da ist es so, bei diesem Zyklus muss ich die Mittelpunkte von meinem Tischtast-System, also die Koordinaten von meinem Tischtast-System, im Maschinenkoordinatensystem angeben. Und zwar in X, in Y und auch in Z. Wie macht man das? Man geht einfach her, baut das Tischtast-System auf seiner Maschine auf, dann fährt man mit der Spindel ungefähr mittig über das Tast-System und schaltet die Programmanzeige auf Referenz um und dann kann man sich diese Werte notieren und kann die dann einfach in die Maschinenparameter eintragen. Das sollte normalerweise der Maschinenhersteller machen oder der Umrüster oder der Servicetechniker, der den Tischtast aufbaut. Wenn man den allerdings immer mal wieder auf- und abbaut, das Tischtast-System, dann muss man das auch selber wissen, wo man diese Parameter oder diese Werte einträgt. Wichtig ist bei der Z-Koordinate, die wird auch im Maschinenkoordinatensystem angegeben. Also da, wenn man da mit einem Werkzeug über das Tischtast-System fährt, dann muss man von dieser Position, die man sich notiert, natürlich noch die Werkzeuglänge abziehen oder dazurechnen, je nachdem, wie es vom Vorzeichen her ist, weil nämlich diese Maschinenkoordinaten immer von Spindelnase ausrechnen, also wie als ob kein Werkzeug drinnen wäre. Deswegen muss man das Ganze mit verrechnen. Wenn man dann diesen Zyklus 480 ausführt, da sollte man dann ein Kalibrierwerkzeug in der Spindel haben. Kalibrierwerkzeug heißt ein zylindrisches Werkzeug und von diesem Werkzeug sollte ich exakt den Radius und die Länge wissen. Also da einfach ein Kalibrierwerkzeug, wo zum Beispiel vermessen wurde mit Voreinstellgerät beispielsweise, damit dann die Werkzeuge auch wieder zum Voreinstellgerät zusammenpassen. Also ich brauche auf alle Fälle ein Werkzeug, wo ich schon mal die Länge und den Radius exakt weiß. Wenn ich den dann ausführe, fährt er automatisch auf mein Tastsystem drauf und je nachdem, wie es in den Maschinenparametern konfiguriert ist, wird das Tastsystem entweder im Radius mit von 4 Punkten aus kalibriert. Es wird auch der Mittenversatz von dem Spindelwerkzeug gemessen. Also da wird alles mit gemessen und diese Kalibrierdaten werden in der Maschinenkonfiguration gesichert und sind dann hinterlegt und ich kann dann mein Tastsystem ganz normal verwenden. Der Zyklus 484, man sieht schon im Namen IR-TT kalibrieren, also Infrarot Tisch-Tastsystem kalibrieren. Das funktioniert natürlich nicht nur mit unseren Infrarot-Tastsystemen, sondern natürlich auch mit allen kabelgebundenen Tastsystemen. Im Endeffekt ist es eben gleich, ob da jetzt ein Kabel dran ist oder ob der nur über Infrarot verbunden ist, der Kalibrierzyklus wird gleich ausgeführt. Hier kann ich jetzt wählen, hier habe ich einen Eingabeparameter und zwar den Q536, mit dem kann ich auswählen, ob ich vor meiner Kalibrierung einen NC-Stop haben möchte oder nicht. Das ist deswegen eingeführt worden, damit ich bevor ich das Tisch-Tastsystem kalibriere, mein Werkzeug manuell auf oder über mein Tisch-Tastsystem vorpositioniere. Das ist nämlich wichtig beim Zyklus 484. Der schaut nicht auf die Maschinenparameter, dem sind die Maschinenparameter egal, also die Zentrumsposition, wo mein Tisch-Tastsystem steht, sondern der kalibriert das Tastsystem einfach von der Position aus, wo er steht. Also muss ich schauen, dass ich bevor ich den Zyklus 484 aufrufe, mein Werkzeug, mein Kalibrierwerkzeug mittig über das Tastsystem positioniert habe. Dann kommen wir zu unserem ersten eigentlichen Messzyklus. Das ist der Zyklus 481 zum Werkzeuglänge messen. Da habe ich jetzt drei Eingabeparameter. Der erste Eingabeparameter ist der Q340. Hier kann ich entscheiden, ob ich messen oder prüfen möchte. Messen heißt, messen ist 0. Also, wenn wir hier mal dieser gestrichelten Linie folgen, in diesem Hilfsbild, messen heißt, es wird die Länge überschrieben in der Werkzeugtabelle und gleichzeitig wird der DL, also die Delta Länge auf 0 gesetzt. Das macht messen immer. Der Parameter die Länge wird überschrieben und die Delta Länge wird auf 0 gesetzt. Prüfen, also wenn ich beim Q340.1 eintrage, dann wird die Länge in Ruhe gelassen. Allerdings wird die neue Länge zur alten Länge verrechnet und die Differenz zwischen diesen beiden Längen wird vorzeichen richtig, in die Delta Länge eingetragen und wenn ich es eingetragen habe, werden die Toleranzen L-Tol, also Toleranz in der Länge oder L-Break die Bruchtoleranz in der Länge überprüft und es wird automatisch der Q199 befüllt. Der Q199 ist mein Parameter, in dem ich auslesen kann, ob das Werkzeug in Ordnung ist, dann ist der Q199 gleich 0 oder ob das Werkzeug verschlissen ist, verschlissen ist das Werkzeug dann, wenn die L-Tol überschritten ist, also die Verschleißtoleranz überschritten wurde, oder ob das Werkzeug gebrochen ist, dann ist der Q199 gleich 2, dann wurde die Bruchtoleranz überschritten. Er misst einfach das Werkzeug und schaut dann den Versatz von meinem Werkzeug an und vergleicht es mit meinen hinterlegten Toleranzen. Im Parameter Q341 kann ich dann noch die Schneidenvermessung mit einprogrammieren, also ob ich eine Schneidenvermessung machen möchte oder nicht. Schneidenvermessung heißt, dass er dann noch mal jede Schneide separat auf ihre Länge überprüft. Das kann ich mit bis zu 20 Schneiden machen. Wenn ich bei dem Parameter 0 eintrage, dann wird keine Schneidenvermessung gemacht. Wenn ich 1 eintrage, dann wird eine Schneidenvermessung gemacht. Wenn ich eine Schneidenvermessung haben möchte, muss ich in der Werkzeugtabelle auch die Anzahl der Schneiden in der Spalte Cut definieren. Das gleiche auch beim Zyklus 482. Das ist der Zyklus für die Radiusvermessung. Auch hier kann ich entscheiden, ob ich messen oder prüfen will. Auch hier kann ich wieder eine Schneidenvermessung machen. Der trägt dann den gemessenen Radius in die Werkzeugtabelle ein und setze den Delta Radius auf 0, genauso wie bei der Länge, nur im Radius. Das Ganze in der Kombination ist dann der Zyklus oder hier sehen wir noch die Schneidenvermessung und in der Kombination ist es dann der Zyklus 483. Der spart schon einiges an Zeit gegen den anderen beiden Zyklen. Wenn ich Länge und Radius vermessen will, dann kann ich mit Zyklus 483 schon Zeit einsparen beim Vermessen. Auch hier ist es so, Messen oder Prüfen und die Schneidenvermessung die ich auch durchführen kann. Wie programmieren wir jetzt dieses Ganze? Wie kann ich diese Tastzyklen in mein NC Programm mit einbinden? Das macht man ganz einfach und zwar brauche ich diese Überprüfung immer wieder an verschiedenen Positionen. Also programmiere ich mir ein Unterprogramm, ein Label. In diesem Label steht meine ganze Überprüfung von meinem Werkzeug mit drinnen. Schaut so aus. Ich habe jetzt hier oben in meinem Programm ich rufe einen Bohrer auf, dann mache ich eine Bearbeitung und dann möchte ich, dass der Bohrer überprüft wird und zwar will ich einfach überprüfen, dass der Bohrer abgebrochen ist und ich dann dadurch meinen später folgenden Gewindebohrer beschädigen würde. Also möchte ich, dass nach jeder Bearbeitung das Werkzeug mit dem Zyklus 481 geprüft wird. Den Zyklus 481 Werkzeuglänge kann ich für Bohrer, Gewindebohrer, NC-Anbohrer, alles mögliche, also die zentrischen Werkzeuge, wo ich nur die Länge brauche, oder auch Fräser mit einem Durchmesser unter 10 mm verwenden. Denn unter 10 mm ist es eher wahrscheinlicher, dass der Fräser komplett abbricht, wie das eine einzelne Schneide ausbricht. Wenn ich jetzt hier meine erste Bearbeitung gemacht habe, im Satz 9 springt er dann aufs Call Label TT Check Drill, also springt er hier runter, dann wird der Zyklus 481 ausgeführt mit Prüfen und hier unten habe ich noch eine Abfrage drinnen, wenn der Q199 gleich 2 ist, 2 heißt, das Werkzeug ist gebrochen, also die Bruchtoleranz wurde überschritten, dann springt er mir automatisch aufs Label Stop und beendet mein Programm. Also sollte der Bohrer abgebrochen sein, springt er automatisch aufs Programm Ende. Wenn der Bohrer verschlissen ist, also wenn die Verschleißtoleranz überschlitten wurde, dann wird automatisch durch den Zyklus 481 das Werkzeug gesperrt, also es wird in der Spalte TL wird das Werkzeug mit L gesperrt. Wenn ich jetzt ein Schwesterwerkzeug eingetragen habe, wird beim nächsten Tool Call, also wenn ich hier Tool Call Drill D5 wieder lese, wenn es die Steuerung liest, dann wird automatisch das Schwesterwerkzeug, wenn es definiert ist, eingewechselt. So, jetzt haben wir noch ein paar Ergänzungen zu diesem Programm und zwar ist es so, dass sich diese sichere Höhe in diesen Tisch-Tast-Zyklen immer auf den aktiven Werkstückbezugspunkt bezieht. Das heißt, er fährt als erstes auf diese sichere Höhe und positioniert dann in X und Y auf meinen Mittelpunkt vom Tisch-Tast-System. Und damit ich das sicher durchführe, habe ich mir einen eigenen Bezugspunkt gesetzt und zwar einfach mittig über das Tast-System. Zwei Millimeter über das Tast-System habe ich einfach X0, Y0 und Z plus 2 einem Bezugspunkt gesetzt. Den aktiviere ich mit Zyplus 247 Bezugspunkt Nummer 100. Anschließend fahre ich auf meine sichere Position, also irgendwo im Maschinenraum, wo ich sicher bin, setze das Schwenken zurück, fahre dann auf meinen Mittelpunkt vom Tisch-Tast-System in X und Y, positioniere mich nach unten auf die sichere Höhe, wie ich im Zyklus angegeben habe. Das ist meine ganze Vorpositionierung. Da ich natürlich mit dem Zyklus 247 hier oben den aktiven Bezugspunkt überschreibe, muss ich mir den vorher mal auslesen. Das mache ich also diese ID 530 Nummer 1, das ist der Code, damit ich mir diesen Bezugspunkt speichern kann. Dann setze ich den Tisch-Tast-System Bezugspunkt aktiv und wenn ich das Ganze fertig gemacht habe, aktiviere ich hier unten wieder meinen bestehenden Bezugspunkt und dann kann ich mit dem wieder weiterarbeiten. So kann ich das Ganze in mein Programm mit einbauen. Das Ganze geht natürlich auch für Fräser, für Fräser Überdurchmesser 10 mm. Da bietet sich dann eine Schneidenkontrolle an. Also nicht nur Länge und Radius einfach auf Verschleiß und Bruch überprüfen, sondern auch jede einzelne Schneide auf Verschleiß oder Bruch überprüfen. Das kann ich ganz einfach machen, indem ich jetzt hier den Zyklus 483 gewählt habe, Werkzeug messen, Länge und Radius und hier wird prüfen und die Schneidenvermessung durchgeführt und dann kann ich ganz normal meine Werkzeuge vermessen lassen. Also nach jeder Bearbeitung, man kann es auch vor jeder Bearbeitung zusätzlich auch noch machen, wird das Werkzeug vermessen und auf Bruch, Verschleiß oder ob alles in Ordnung ist, überprüft. So kann ich das Ganze in mein Programm einfach mit einbauen und kann so, wenn ich genügend Schwesterwerkzeuge mit drin habe, auch eine recht gute Automatisierung erhalten und kann so das Programm auch mannlos durchlaufen lassen, ohne dass ich Folgeschäden an meinen anderen Werkzeugen bekomme. Neben den schaltenden Tastsystemen, also neben unseren Tisch-Tastsystemen, haben wir bei Heidenhain auch berührungslose Messsysteme, sogenannte Laser-Messsysteme im Produktprogramm, die haben wir ja vorher schon gesehen und wie werden diese jetzt programmiert. Was kann ich erstmal machen und was habe ich für Vorteile von meinen Laser-Messsystemen? Ich kann viel kleinere Werkzeuge messen als mit den Tisch-Tastsystemen, weil ich ja doch beim Tisch-Tastsystem eine sehr hohe Messkraft habe, also wenn ich da ein Z messe, das sind schon einige Kräfte, die auf das Werkzeug einwirken, also mit zu kleinen Durchmessern kann ich das nicht machen, da ich ansonsten beim Messen wahrscheinlich schon das Werkzeug abbrechen würde. Außerdem vermeide ich die Beschädigungsgefahr von empfindlichen Werkzeugen. Ein weiterer Vorteil vom Laser-Messsystem, ich vermesse meine Werkzeuge mit der Nenndrehzahl, also so wie ich bearbeite, zum Beispiel mit einer Spindeldrehzahl von 16.000 Umdrehungen, mit dieser Umdrehung vermesse ich auch meine Werkzeuge. Und so habe ich die ganzen Umgebungseinflüsse wie bei der Bearbeitung gleichzeitig auch bei meinem Vermessen mit drin. Außerdem kann ich auch Sonderwerkzeuge vermessen, also mit Runterschneidengeometrie, kann ich auch die ganzen Eckenradien sauber vermessen und habe eben bei den Zyklen mehr Möglichkeiten, wie ich meine Werkzeuge vermessen kann. Schauen wir uns jetzt die Messzyklen fürs Fräsen an. Was können wir alles machen? Natürlich am Anfang mal kalibrieren vom Lasermesssystem. Das ist ganz wichtig, immer wenn ich so ein Messsystem habe, muss ich es kalibrieren können. Dann Werkzeugvermessung in Länge und Durchmesser. Und da kann ich das eben mit verschiedenen Typen durchführen. Schaftfräser, Kugelfräser, Torusfräser, Bohrer, NC-Anbohrer, Gewindefräser, alles mögliche. Kompensation der Temperaturausdehnung, das schauen wir uns auch an. Einzelsteidenkontrolle an gerader und runder schneide, also ich kann Kugelfräser, Torusfräser, genauso wie ein Schaftfräser die Schneiden kontrollieren und kann Werkzeugbruchkontrolle machen, also ob das Werkzeug komplett abgebrochen ist. Das ist eben wieder der Unterschied, Durchmesser 10, alles was kleiner ist, sollte man auf Bruch kontrollieren, alles was größer ist, sollte man auf Einzelschneiden Kontrolle kontrollieren, damit ob eben jede Schneide noch vorhanden ist. Für dieses Lasermesssystem gibt es von Heidenhain keine Standardzyklen, die liefert der jeweilige Hersteller vom Lasermesssystem mit. Die Lasermesssysteme von Heidenhain kommen von der Firma Bloom und hier werden quasi auch die Messzyklen mitgeliefert. Das heißt, wenn Sie hier ein Lasermesssystem nachrüsten, dann bekommen Sie da ein USB-Stick mit dazu und da sind diese ganzen Messzyklen drauf und die können dann auf der Steuerung von dem Service-Monteur, der das Ganze anbaut, installiert werden und dann hat man die zur Verfügung. Wenn man jetzt das von einem anderen Hersteller nimmt, dann hat man eben da die passenden Messzyklen mit dabei. Hier gibt es eben auch den Kalibrierzyklus, den 581, also man sieht schon, die gehen mit 5 los und dann habe ich eben die Temperaturkompensation, die zentrische Werkzeuglängenmessung, also für Bohrer, NC-Anbohrer oder Gewindebohrer, dann die exzentrische Werkzeuglängen- und Radiusmessung, wo ich eben mein Werkzeug an einem definierten Punkt in der Länge und im Radius vermessen kann, dann habe ich den Einzelschneidenkontrolle für meine Schaftfräser beispielsweise, dann habe ich meine Werkzeugbruchkontrolle, den Zyklus 586 und dann habe ich noch zwei Zyklen, einmal einen Prüfzyklus für Werkzeuge mit gerundeter Schneide, also Torosfräser oder Kugelfräser und einen Messzyklus für Torosfräser oder Kugelfräser. Beim Lasermesssystem ist der L-Offset und R-Offset sehr wichtig, weil an der Position wird nämlich, wie beim Tischtastsystem auch, meine Länge oder mein Radius vermessen. Und zwar ist es genau umgekehrt, wie der Name es sagt, beim L-Offset wird der Radius gemessen und beim R-Offset wird die Länge gemessen. Und hier haben wir diese Formel, heißt, der eventuell vorhandene Eckenradius vom Fräser plus 0,5 Millimeter ergibt den L-Offset und der Werkzeugradius plus dem Werkzeugradius minus dem Eckenradius minus 0,5 ergibt meinen R-Offset. Also da müssen wir hier diese Formel mit Minus nicht mit Plus machen. So, bei einem NC-Anbohrer oder Bohrer hier will ich ja mittig die Länge messen, also habe ich hier L-Offset 0 und R-Offset 0. Also beide einfach auf 0, dann wird das Werkzeug mittig ins Lasermesssystem reingefahren und anschließend vermessen. Wenn ich den NC-Anbohrer außer mittig vermessen will, dann habe ich jetzt hier 10 Millimeter außerhalb, also der L-Offset bleibt 0, weil ich messe ja den Radius nicht beim NC-Anbohrer, sondern nur die Länge. Deswegen der R-Offset wird auf 10, also wird versetzt, es versetzt die Steuerung automatisch das Werkzeug um 10 Millimeter und dann wird an dieser Position die genaue Länge gemessen, um beispielsweise dieses Werkzeug für die für das Entgraten beispielsweise zu verwenden. So, jetzt ändere ich das nur kurz ab, das verwirrt sonst hier zu sehr, damit das Ganze hier auch sauber passt. So, jetzt steht es richtig drinnen, der R-Offset ist der Werkzeug Radius minus dem Eckenradius minus 0,5. Das sieht jetzt so aus, wir haben jetzt hier so einen Schaftfräser mit Durchmesser 20. Warum hat man jetzt dieses 0,5 hier mit drinnen? Und zwar ist es beim Lasermesssystem wichtig, dass der Laserstrahl sauber unterbrochen wird. Wenn ich jetzt meinen Schaftfräser exakt hier unten an dieser Kante, also an der untersten Kante vom Schaftfräser, wenn ich da meine Länge messen würde, dann hätte ich das Problem, dass ich hier so ein diffuses Licht bekomme, also dass der Laserstrahl nicht sauber unterbrochen wird. Und deswegen geht man einfach her und geht den Eckenradius und 0,5 Millimeter nach oben. Einfach um sauber an meinem Werkzeug in der Werkzeugschneide zu stehen, damit ich hier einen sauberen Unterbrechung von meinem Laserstrahl bekomme. Und beim Radius ist das gleiche. Ich nehme den Werkzeugradius, das sind 10 Millimeter minus den Eckenradius, hier haben wir keinen Eckenradius, der ist scharfkantig, der Scharffresser, minus 0,5, also wird hier ein R-Offset von 9,5 benötigt. Also L-Offset 0,5 R-Offset 9,5. Was macht die Steuerung jetzt mit diesen Informationen? Als erstes wird das Werkzeug mittig in den Laserstrahl gefahren. Spindel Mitte wird mal in den Laserstrahl eingefahren. Einfach um ungefähr die Länge herauszufinden. Der nächste Schritt, wenn er ungefähr die Länge hat, er versetzt das Werkzeug um 9,5 Millimeter aus der Mitte heraus und an diesem Punkt wird jetzt die exakte Länge gemessen. Also er fährt einfach an diesem Punkt da wo der Pfeil ist, fährt er das Werkzeug ins Lasermesssystem rein und misst hier die Länge. Wenn er die Länge hat, dann fährt er aus dem Laserstrahl raus, versetzt dann um den L Offset nach unten und jetzt wird beim zweiten Pfeil, bei dem seitlichen Pfeil hier, der exakte Radius gemessen. Also die Länge wird in Z gemessen und der Radius wird beispielsweise in der Y-Achse oder in der X-Achse je nachdem wie das Messsystem aufgebaut ist, gemessen. Bei so einem Torus Fräser hier, da haben wir einen Durchmesser 12 und einen Eckenradius von 3. Auch hier wieder unsere Formel hier unten, L Offset Eckenradius plus 0,5 also 3 plus 0,5 ergibt 3,5 und für den R Offset für meine saubere wo die Länge gemessen werden soll da kommt es jetzt darauf an wie der Torus Fräser aussieht ich könnte auch direkt hier an der Schneidplatte also mit der Schneidplatte meine Länge messen oder ich gehe einfach weiter nach innen rein dann ist es mein Durchmesser 12 also Radius 6 minus 3 sind wir bei 3 minus 0,5 sind wir bei den 2,5 und das ist eben wichtig das muss ich in der Werkzeugtabelle eintragen weil standardmäßig ist nämlich bei den Werkzeugen immer bei R Offset der Radius eingetragen also da steht immer dieses R drinnen und R ist eben genau die falsche Position beim Lasermesssystem denn dann würde ich genau an der Kante messen und das ist die Position wo wir nicht messen möchten also einfach hergehen und bei R Offset immer diesen passenden Wert mit reinschreiben also da muss ich auch meine Werkzeugtabelle pflegen damit es immer sauber zusammenstimmt so und wenn wir hier so einen Schaftfräser mit Phase haben auch hier wieder die gleiche Formel L Offset 1,5 also die 1mm Phase plus 0,5 und R Offset meine 8mm Radius minus 1mm sind wir bei 7 und minus 0,5 sind wir bei 6,5 bei R Offset also R Offset geht immer von außen nach innen also so müssen wir rechnen und bei L Offset immer von unten nach oben so die Zyklen da haben wir einmal den Zyklus für das Kalibrieren beim Kalibrieren ist es so da bekommt man immer ein Kalibrier Werkzeug mit dazu mit dem man dann das Lasermessystem kalibrieren kann das ist da schon fest eingespannt also das ist nicht so dass man das selber noch in der Spannzange einspannen muss sondern das ist komplett eingespannt und Länge und Radius und Delta Länge sind eingelasert aufs Werkzeug also die kann man dann direkt 1 zu 1 übernehmen und kann dann das Lasermessystem kalibrieren setzt natürlich immer voraus dass die ganze Maschine warm ist also dass alles warm eingefahren ist dass das Referenzwerkzeug das Prüfwerkzeug sauber ist fusselfrei ist und dann kann man das Lasermessystem kalibrieren kalibriert beim Kalibrieren kann ich auswählen zwischen Messen Prüfen und Kontrolle Messen bei Messen werden quasi die Kalibrier Werte eingetragen bei Prüfen also wenn ich den Q350 auf 1 stelle werden die Messwerte auch eingetragen und es wird die Toleranz überwacht also ob zur ersten Messung in wie viel ob ich dann noch in einer Toleranz von zum Beispiel hier sind 0,02 Millimeter in der Länge und im Radius bin und wenn ich 2 sage dann ist Kontrolle das heißt dann werden nur die Werte überprüft ob sie in einer Toleranz von diesen 200 mit drinnen sind Zyklus Temperatur Kompensation bei der Temperatur Kompensation da ist es so da kann ich schauen um wie viel ist meine Maschine wärmer geworden also um wie viel ist mein Lasermesssystem gewandert während der letzten Bearbeitung und zwar mache ich da als erstes eine Initialmessung also meine Erstmessung also mit Q350 gleich 0 wird die erste Messung durchgeführt wenn ich dann meine erste Bearbeitung durchgeführt habe dann wechsle ich wieder mein Referenz Werkzeug ein und gehe dann entweder mit Prüfen oder Kontrolle in meine Temperatur Kompensation Prüfen heißt er schaut wieder ob meine Werte in der Toleranz sind also ob meine neuen Werte in der Toleranz sind zu meinen alten gemessenen Werten und er befüllt außerdem die Temperatur Kompensation Verschiebung also in der Länge und im Radius trägt er mehr Werte ein um wie viel sich meine Maschine verändert hat und das wird dann kann man auch weiterverwenden dann mit zum Beispiel einer Nullpunkt Verschiebung um dann so meine ganze Bearbeitung an diese Temperatur Kompensation mit anzupassen Dieses Temperatur Kompensieren sollte natürlich in Rücksprache mit dem Maschinenhersteller gemacht werden weil der nämlich weiß wie sich die Maschine verhält und wie man hier mit Temperatur Kompensation drauf reagieren kann und hier haben wir noch einen zusätzlichen Parameter mit Messumfang Messumfang heißt da kann ich einfach entscheiden ob ich Länge und Radius ob ich nur die Länge oder nur den Radius machen möchte also je nachdem wo ich rausfinden will in welchen Achsen sich meine Temperatur oder meine Verschiebungen bewegen so bei allen Zyklen haben wir jetzt immer diesen Q350 jetzt bei den ganzen Messzyklen haben wir immer den Zyklus den Parameter 350 mit drin dieser entscheidet ob man messen prüfen oder kontrollieren will also mit 0 oder 3 messe ich heißt die Länge oder der Radius wird geschrieben und Delta Länge und Delta Radius wird auf 0 gesetzt mit prüfen wird die Länge in Ruhe gelassen also nicht verändert die Delta Länge wird angepasst also einfach die Differenz zwischen neuer Länge und alter Länge und es werden die Toleranzen überprüft wenn ich über die Toleranz drüber komme wird das Werkzeug automatisch gesperrt bei Kontrolle da wird nur kontrolliert also es wird nur geschaut ist die alte Länge passend zur neuen Länge es wird keine Delta Länge eingetragen es wird nur die Toleranz überwacht wenn diese Toleranz überschritten wurde wird das Werkzeug gesperrt und dann kann ich noch über das Vorzeichen entscheiden Plus oder Minus wie gemessen werden soll Minus heißt das Werkzeug wird mit Eilgang in den Laserstrahl vorpositioniert und die Messung passiert von unten nach oben also Messrichtung ist Z Plus heißt die Steuerung macht einen Suchlauf und fährt quasi von oben langsam nach unten ins Lasermesssystem rein in den Laserstrahl und bis der Laserstrahl ausgelenkt ist und dann wird die Länge gemessen dieses positive Anfahrverhalten hat einen Nachteil und zwar wenn an meinem Werkzeug vorne ein Kühlmitteltropfen hängt und zwar dieser Kühlmitteltropfen verursacht dass der Laser schon zu früh ausgelöst wird und dann wird quasi dieser Kühlmitteltropfen gemessen das wird durch das Minus wird das Ganze vermieden indem ich hier einfach durch dieses Positionierverhalten mit Kühlmittelunterdrückung arbeiten kann wo ich aufpassen muss bei Minus 3 also Messen mit direkter Positionierung in den Laserstrahl hier muss die Länge schon ungefähr bekannt sein plus minus 5 Millimeter muss bekannt sein weil ansonsten könnte es passieren dass er zu weit ins Lasermesssystem reinfährt und das Werkzeug auf meinem Tisch beispielsweise beschädigt wird ansonsten beim Messen 0 oder plus 3 da können die Werkzeugdaten auch unbekannt sein die werden dann einfach neu gemessen so der erste Messzyklus ist der Zyklus 583 Werkzeuglänge über den Q350 entscheide ich was ich machen will also messen kontrollieren oder prüfen und über den Q Parameter 359 kann ich noch eine zusätzliche Delta Länge mit eingeben um beispielsweise diese wird dann automatisch in die Werkzeugtabelle in die Spalte DL eingetragen und zwar zusätzlich zu der bestehenden Korrektur wenn wenn ich hier sage prüfe dann wird einfach der Q199 befüllt mit 0 1 oder 2 also Werkzeug in Ordnung wäre 0 Werkzeug verschlissen wäre 1 und Werkzeug gebrochen wäre 2 das macht die Werkzeug Länge die misst auch nur die Werkzeug Länge und zwar zentrisch also das Werkzeug wird einfach mittig ins Lasermesssystem gefahren und hier wird die Länge gemessen keine Radiusmessung wird hier gemacht dann der Zyklus 584 das ist so der klassische für Schaftfräser oder für alle möglichen Werkzeuge hier wird Länge und Radius gemessen je nachdem was ich haben möchte und zwar hier spielt eine wichtige Rolle der L-Offset und R-Offset also den muss ich hier auf alle Fälle befüllen damit das Werkzeug richtig vermessen wird also wie wir es vorher schon gesehen haben da kann ich das Ganze hier einfach umsetzen beim Messumfang also beim Parameter 351 kann ich entscheiden ob ich Länge und Radius miteinander oder nur die Länge oder nur den Radius messen will bei der Messposition gebe ich an ob ich das Werkzeug nur von einer Seite messen möchte also minus 1 oder ob ich das Werkzeug von zwei Seiten messen will minus 2 oder mit plus 1 oder plus 2 das ist dann wenn ich hier einen beispielsweise Scheibenfräser habe und ich möchte bei meinem Scheibenfräser die obere Kante messen dann sage ich mit plus 1 dass er nicht von oben nach unten messen soll sondern von unten nach oben also quasi dass ich die obere Kante vermessen kann und das kann ich einstellen über minus 1 misst er von oben nach unten und über plus 1 misst er von unten nach oben und 2 wäre dann dass er von links und rechts des Messsystems mein Werkzeug vermisst so dann haben wir den Zyklus 585 das ist kein Messzyklus sondern ein Prüfzyklus und zwar ist das der Zyklus für die Schneidenkontrolle da kann ich jetzt einfach meine Werkzeugschneide überprüfen und zwar die ganze Schneidenlänge wenn ich das möchte mit einem Verfahrweg wenn ich diesen Verfahrweg definiere dann wird quasi einfach 15 mm entlang der Schneide hochgefahren und geschaut ob sie irgendwo ausgebrochen ist mit einem gewissen Vorschub sobald ich hier unten bei Q365 Anzahl Messpunkte eintrage wird dieser Verfahrweg inkremental nach oben gefahren also wenn ich jetzt bei Q365 drei Messpunkte eintragen würde dann würde er drei Messpunkte mit einem Abstand von 15 mm machen also da muss ich darauf achten entweder 0 und ich gebe die Schneidenlänge an oder ich gebe den Verfahrweg beispielsweise die Steigung eines Gewindefräsers an und kann dann über Anzahl der Messpunkte alle meine Gewindezähne überprüfen Anzahl der Schneiden wenn ich hier 0 eintrage wird automatisch die Anzahl der Schneiden aus der Werkzeugtabelle übernommen also aus der Toolpunkt T da kann ich allerdings nur maximal 20 eintragen also wenn ich über 20 Stück brauche dann kann ich hier die Anzahl der Schneiden einfach mit eintragen wenn ich jetzt ein Werkzeug mit 30 Schneiden habe dann kann ich hier Anzahl der Schneiden 30 eintragen und dann vermisst er mir auch diese 30 schneiden wenn ich eine Trennscheibe habe dann trage ich Minus 1 ein Minus 1 heißt die Scheibe wird ins Lasermesssystem eingefahren und das Lasermesssystem darf kein Kontakt also darf kein Signal bekommen denn sobald sie ein Signal bekommt ist die Trennscheibe gebrochen und das Messsystem bekommt ein diffuses Signal deswegen kann man hier dieses Minus 1 eintragen so kann ich auch diesen Werkzeugtypen überprüfen dann habe ich die Anfahrstrategie also wie ich dieses Messsystem anfahren will also erst auf sichere Höhe dann auf meine Strahlmitte vorpositionieren auf Radiusmitte und dann nach unten fahren oder das Ganze von der sicheren Höhe dreiachsig oder von der aktuellen Position dreiachsig an meinen sicheren Punkten also je nachdem was man hier haben möchte der nächste Zyklus ist auch wieder ein Prüfzyklus der Zyklus 586 das ist Werkzeug Bruchkontrolle da wird einfach nur ein Werkzeug in den Laserstrahl gefahren und zwar Länge minus meiner Bruchtoleranz die ich ihm eingegeben habe also L-Break und dann schaut das Lasermesssystem einfach ob es ein Signal bekommt oder nicht wenn es ein Signal bekommt ist das Werkzeug gebrochen und wird automatisch gesperrt wenn es kein Signal bekommt ist das Werkzeug in Ordnung und ich kann damit weiterarbeiten über den Parameter Radialen Offset kann ich den Messpunkt von der Mitte nach außen verschieben und zwar wenn ich beispielsweise in der Mitte von meinem Werkzeug eine Kühlmitteldüse habe und deswegen das Werkzeug hier ausgenommen ist oder wenn ich so eine Reibahle habe die in der Mitte einen offenen Auslass hat dann kann ich das Ganze auch außermittig vermessen lassen und wenn ich runde Werkzeuge habe also mit einer runden Schneidengeometrie dann habe ich die Zyklen 487 und 88 da kann ich meine Schneide also entweder Kugelfräser oder Torus Fräser vermessen mit einem Startwinkel und einem Endwinkel also Startwinkel und Zielwinkel ist quasi mein Messbereich der gemessen wird und einen axialen Offset kann ich auch noch mit eingeben weil bei diesen Zyklen werden nämlich die Länge immer auf Kugel Mitte gemessen also da kann ich die Länge nicht auf Kugelspitze ausgeben lassen sondern immer auf Kugel Mitte und beim 587 ist ja wieder ein Kontrollzyklus da kann ich auch wieder Anzahl der Schneiden mit eingeben und da werden einfach meine Schneiden kontrolliert und er vermisst zwischen Startwinkel und Zielwinkel meine ganzen Messpunkte dazu passen noch den Zyklus 588 Werkzeug messen hier gebe ich eine Anzahl von Messpunkten an und diese Messpunkte werden dann einfach gemessen und aus diesen ganzen Messpunkten ergibt sich dann eine Radius Abweichung die automatisch in den Delta Radius 2 in der Werkzeugtabelle eingetragen wird und es wird auch standardmäßig immer die Werkzeuglänge auf Kugelmitte angegeben das funktioniert auch mit Toros Fräsern genauso wie auch mit Kugelfräsern bei dieser Funktionserweiterung das Bild sagt schon alles immer 2 eingeben denn nur bei 2 wird quasi der Mitte von meinem Kugelfräser gleichgesetzt mit dem Mittelpunkt für meinen Schneiden Radius oder wenn ich beispielsweise einen Torosfräser vermesse dass eben das auch hier zusammenpasst also nicht 0 und nicht 1 die sind nur aus Alterskompatibilität dabei immer 2 eingeben und ganz wichtig der axiale Offset hier muss immer der R2 also der Eckenradius drin stehen denn das Messsystem geht her und fährt einmal mittig das Werkzeug in den Laserstrahl und anschließend wird das Werkzeug um diesen axialen Offset diese Länge verkürzt und das ist nun sein rechnerischer Tastmittelpunkt von der Kugel und so kann man das Ganze hier sauber vermessen und man bekommt eine Länge bezogen aufs Kugelzentrum und hier wird dieser Eckenradius dann an jeder meiner Startwinkel und Zielwinkel und Anzahl der Messpunkte durchgeführt auch das kann ich wieder ins Programm mit einbauen auch wieder hier mit meinem Bruchkontrolle einfach Zyklus 586 und wieder die Kontrolle ob es gebrochen ist dann wird das Ganze hier wieder gestoppt und das Programm abgebrochen oder auch mit der Schneidenkontrolle hier habe ich noch ein bisschen was ausgelesen und zwar habe ich die Schneidenlänge aus der Werkzeugtabelle ausgelesen das kann ich einfach mit diesen drei Sysreads setzen ich lese einmal die aktive Werkzeugnummer mit der ID 20 Nummer 1 dann die aktive Werkzeugindex ID 20 Nummer 11 und dann lese ich aus diesem Werkzeug die aktuelle Schneidenlänge das ist die ID 50 Nummer 13 die findet man alle im Benutzerhandbuch diese Sysread Informationen und die kann man einfach verwenden um dann den Verfahrweg hier zu definieren dass ich eben dann die saubere Schneidenlänge mit ausmessen kann so jetzt gibt es noch einen optionalen Zyklus von Bloom und zwar ist der Zyklus 598 und dieser 598 Zyklus hat einen Vorteil und zwar können wir mit diesem 598 Zyklus die Software Option 3D Tool von Heidenheim befüllen oder befüttern und zwar was macht dieser Zyklus er vermisst mir beispielsweise meinen Kugelfräser genauso wie der 588 also mit Startwinkel und Endwinkel und Anzahl der Messpunkte kann ich das Ganze einfach vermessen lassen ergibt mir dann eine solche Tabelle aus in dieser Tabelle steht der Winkel an dem der Punkt gemessen wurde dann Radius und Länge dazu der aktuelle R2 also der Eckenradius der nominale also der vorgegebene Eckenradius und wichtig hier ist diese Spalte nominal DR2 denn hier schreibt er die Korrektur für diese Anstellung 40,0536 Grad mit rein und das kann die 3D Tool Comp Option von Heidenhain verwenden um für jede Anstellung den speziellen DR2 also die spezielle Werkzeugkorrektur herauszufiltern diese Tabelle hinterlege ich einfach in meiner DR2 Table in der Werkzeugtabelle und im Programm rufe ich einfach mein Werkzeug auf und in Verbindung mit Vektoren Sätzen kann ich das Ganze dann einfach an meiner Steuerung umsetzen also je nachdem was ich für eine Anstellung habe bei meinem Werkzeug liest er den passenden Delta Radius 2 aus und kann so die richtige Korrektur fahren und so kann man eben das Werkzeug noch besser kompensieren und kann noch bessere Genauigkeitsergebnisse beim Fräsen erzielen so jetzt haben wir noch ein kleines Kapitelchen das ist das Kapitel Messzyklen beim Drehen also Drehen auf der Fräsmaschine bei den Fräsdreh Operationen auch hier gibt es Zyklen zwei Stück einmal der Kalibrierzyklus und einmal der Messzyklus der funktioniert oder diese Messzyklen funktionieren nicht mit dem Lasermesssystem sondern da gibt es eben wie man hier sieht so einen Würfel und der arbeitet wieder als schaltendes Tastsystem also da kann ich einfach mit einem Schaltpunkt wird da die Länge und der Radius gemessen Kalibrierwerkzeug sieht so aus so ein Teller mit einem kleinen Zapfen unten der kommt beim Messsystem mit dazu auch hier kann ich das Ganze wieder kalibrieren und beim Messen kann ich auch hergehen und kann hier messen prüfen und kontrollieren meine verschiedenen Werkzeugtypen die in der Tabelle hinterlegt sind und kann auch noch eine zusätzliche Längen Korrektur mit eingeben also auch genauso wie bei der Werkzeug Vermessung nur dass ich hier eben nicht mit den L-Offset und R-Offset arbeiten muss sondern die Länge wird einfach an diesem Würfel gemessen und der Radius und dann kann ich das Ganze hier einfach automatisiert abarbeiten lassen so das war jetzt eine lange Präsentation von meiner Seite ich hoffe ich konnte Sie hier ein bisschen mehr informieren über unsere verschiedenen Werkzeug Vermessungssysteme also über unsere schaltenden und unsere berührungslosen Werkzeug Vermessungssysteme wenn Sie daran Interesse haben oder jetzt noch Fragen haben dann würde ich Sie bitten dieses Fragenfenster hier unten zu nutzen wenn Sie Interesse daran haben so ein Messsystem anzubauen dann können Sie sich jederzeit auch bei uns melden wir geben Ihnen dann die Adressen von unseren qualifizierten Umrüstern die Ihnen so ein System beispielsweise mit anbauen können sicherlich eine interessante Möglichkeit um mannlose Fertigungen zu ermöglichen oder auch einfach an der Maschine Werkzeuge zu vermessen so jetzt schauen wir mal ob schon ein paar Fragen mit aufgetaucht sind genau der Herr Pan Liu hat gefragt ob man die Unterlagen bekommen kann natürlich ich werde die Unterlagen wieder auf die CNC Arena ins Forum reinladen da kann man sich dann das Ganze nochmal anschauen da ist dann auch die Aufzeichnung mit dabei und dann kann man sich das Ganze nochmal anschauen und wenn es Fragen gibt dann entweder telefonisch bei uns an die Helpline wenden oder per Mail an die 3103 at heidenheim.de das ist eigentlich das Einfachste genau gibt es sonst noch Fragen gebe ich Ihnen jetzt einfach mal ein bisschen Zeit dass Sie da noch ein wenn es darum geht wie man so ein Tischtast System installiert dann das können wir hier nicht in so einer öffentlichen Plattform machen dann in Kontakt treten mit Heidenheim entweder dass man das im Rahmen einer Schulung machen kann dann kann man sich das Ganze einfach mal zeigen lassen wie man denn so ein Lasermesssystem oder so ein Tischtast System wird aufbaut Der Herr Martin Richter fragt gibt es Blumenzyklen für den Programmierplatz Standardmäßig sind die Blumenzyklen nicht auf dem Programmierplatz enthalten man kann allerdings wenn man das Blumenmesssystem an seiner Maschine angebaut hat diese Zyklen wie auf der Maschine genauso auch auf dem Programmierplatz installieren also das funktioniert einwandfrei da kann man einfach durch so eine Installationsroutine durchgehen und dann wird das Ganze automatisch installiert Der Herr Christoph Schneider fragt hat die Laserbrücke einen Luftanschluss und Wassertropfen vor dem Messen abzublasen ja also ich kann beide Messsysteme das Lasermesssystem als auch das Tischtastsystem mit einer Düse optional ausstatten das ist eben eine Option die ich mit dazu wählen kann damit eben vor meinem Werkzeug messen das Werkzeug einmal abgeblasen wird also da kann ich mit beiden Systemen mit so einer Düse arbeiten der Herr Färenz fragt die Genauigkeit von so einem Werkzeug Messsystem und zwar wenn man jetzt zwei Flächen schlichtet ob man dann den Versatz zwischen den Werkzeugen sieht also beim schlichten ist es immer ein bisschen da kommt es auch immer auf den Schnittdruck drauf an und wie ein neues Werkzeug und wie ein altes Werkzeug schneidet also ich glaube bei einem Wechsel beim schlichten würde man auf alle Fälle den Werkzeugwechsel erkennen grundsätzlich ist es so, dass es hier schon die Genauigkeiten gibt was eben das Messsystem messen kann ich schaue jetzt mal schnell nach wo wir hier ungefähr liegen also wir sind jetzt beim beim Tischtastsystem haben wir eine Antastgenauigkeit von unter plus minus 15 µ also beim Tischtastsystem sind es plus minus 15 µ drunter also kleiner plus minus 15 µ und beim Lasermesssystem da haben wir eine Antastgenauigkeit von das sind die Werkzeugmessungen Reproduzierbarkeit also eine Antastreproduzierbarkeit von 0,2 µ Antastgenauigkeit kann ich jetzt hier gerade nicht rauslesen was wir bei den Lasermesssystemen haben aber da auf alle Fälle auch im Bereich von einem Hundertstel wo wir hier liegen wichtig ist eben auch, dass dieses ganze System immer zusammen stimmt also dass mein Tastsystem zu meinem Lasermesssystem oder zu meinem Tischtastsystem stimmt also wenn ich jetzt mein Tastsystem kalibriere die Länge dass beispielsweise ich zuerst mein Lasermesssystem kalibriere also erst die Maschine warm fahren dann das Lasermesssystem kalibriere dann ein Werkzeug vermesse mit diesem Werkzeug eine Fläche fräse und dann auf dieser Fläche da wo ich vorher nach dem Fräsen Z0 gesetzt habe also einen Bezugspunkt gesetzt habe dann auf dieser Fläche mein Tastsystem kalibriere dann stimmt Werkzeug und Tastsystem zusammen so gibt es noch weitere Fragen es wartet noch ein bisschen wenn später Fragen aufkommen dann kann man auch jederzeit noch ins Forum mit reinschreiben genau also man kann diese Tastsysteme verschieden anbauen also man sieht jetzt hier in meinem Bild was ich hier jetzt habe auf der rechten Seite ein liegendes Lasermesssystem das kann ich genauso auch stehend aufbauen also da bin ich frei oder ich kann es auch 45 Grad im Raum schräg anbauen also je nachdem wie halt die Bedingungen bei meiner Maschine sind kann ich das Ganze hier mit aufbauen wenn ich das Ganze eben so liegend aufbaue dann habe ich eben nicht so eine hohe Auftragshöhe von meinem Messsystem und wenn ich sollte ich eine Fehlpositionierung haben und der Fräser würde durchs Lasermesssystem durchfahren dann ist das Messsystem eben nicht beschädigt sondern der Fräser fährt halt dann in den Tisch mit rein genau die schwarzen Kabel sind die Luftdüsen dieses Lasermesssystem da wird ja die Schmutzblende mit Sperrluft beaufschlagt das heißt sobald sich dieses Messsystem sobald sich die Blende öffnet wird mit einem starken Luftstoß mal das Ganze gereinigt und da gibt es eben auch dann eine passende Lufteinheit dazu das ist die DA300TL das ist die Druckluftanlage die ich damit dazu brauche damit das Ganze auch sauber gewartet wird die Luft damit ich hier nicht zu viel Öl mit rein bekomme Bevor ich jetzt das Wort an die Frau Zauer weitergebe darf ich mich noch recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihre Geduld und das Durchhaltevermögen bedanken es war jetzt doch eineinviertel Stunden Webinar ich würde mich freuen wenn wir uns für das nächste Webinar wiedersehen da geht es dann weiter mit den Antastfunktionen und zwar den neuen Antastfunktionen auf der TNC 640 das wird am 16. April auch wieder um 17 Uhr sein also auch wieder ein schönes Feierabend-Webinar wo wir uns dann einfach die neuen Antastzyklen von unserer TNC 640 mit anschauen da würde ich mich freuen wenn wir uns dann wieder hören und natürlich freue ich mich auch immer wenn wir uns persönlich sehen also wenn Sie mal auf eine Messe kommen und da den Heidenheimstand sehen einfach mal fragen ich freue mich immer wenn ich die Webinarteilnehmer auch mal persönlich treffen kann und wir uns dann einfach nochmal ein bisschen über die Themen unterhalten können ich bedanke mich jetzt schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und jetzt darf ich das Wort an die Frau Zauer weitergeben die darf den Abschluss machen